Hallo zusammen, heute melde ich mich mit einer kleinen Neuigkeit, die den einen oder anderen begeisterten Sims-Fan interessieren könnte. Denn bis zum 31. Juli gibt es die Sims 2 Ultimate Collection kostenlos. Die Sims 2 Ultimate Collection beinhaltet alle Erweiterungen und Add-ons, wer also schon immer ein wenig von den Sims begeistert war, sollte zugreifen. Wie ihr die Sims bekommt, ist ganz einfach. Ihr müsst nur bei Origin I love the Sims eingeben und schon landet die komplette Collection bei euch in der Bibliothek. Dann müsst ihr sie nur noch herunterladen. Das war's auch schon.